ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Schon mal Übung? Trockenübung oder was? Mach ich gerne. Ich finde es geil, wie die Klamotten so im Wind wehen. Letzte Viertelstunde, ne? Ja, wollen wir die so verbringen? Mach was draus. Make it count. Okay, gehen wir hier hinten zu Count, wie heißt der? Ludwig? Und erzählen ihm mal eine Geschichte. Eine Geschichte von unserem Schwert. Dass ich ihm jetzt in die Rippen ramme, wenn er überhaupt Rippen hat. Wahrscheinlich sogar mehr, als man erwartet. Wenn man dem... Das ist ja auch so ein Ding. Du kannst keine Körperteile abschlagen. Das fand ich so eine coole, kleine Gimmick-Mechanik von Dark Souls. Das mit dem Schwanz abschlagen. Wenn man dem wenigstens so einen Kopf abschlägt oder ein Bein. Isn't. Gibt's nicht. Man kann sie manchmal staggern. Das müssen wir noch rausfinden. Das kannst du ja auch beim Biest irgendwie machen, ganz am Anfang auf der Brücke. Dem kannst du ja irgendwie so auch die ein paar Körperteile oder so kaputt hauen. Und der regeneriert sich die dann manchmal. Also erfahrungsgemäß, was halt hilft, ist wenn du so drei, vier harte Treffer landest, dann sind die irgendwann so in so einem Stagger-Mode. Ja. Aber drei, vier Schläge hintereinander erstmal ins Ziel treffen, ist ja schon... Okay. ...nicht so einfach. Ja, der hat übrigens richtig viel Geld gekostet, die Viles wieder aufzuladen. Ein Weil kostet tausend Seelen. Ja. Wir haben dafür ein paar Seelen geploppt. Das hat uns jetzt keine gekostet, Gott sei Dank. Beim nächsten Mal werde ich ganz hinten durchgehen, mal schauen, ob man bei der Treppe irgendwas erzwingen kann. Es gibt ja manchmal diese Treppen. Habe ich auch schon mal versucht, aber... Das soll nichts heißen. Versuch's. Muss ein bisschen was ausprobieren. Vielleicht kann man ihn in der Ecke ganz gut kriegen. Wenn man dicht dran ist und irgendwie so an seiner Seite bleibt. Hinten habe ich gemerkt, das ist auch scheiße. Der fängt irgendwann wie so ein Pferd auszutreten. Aber spätestens, wenn du ihm ein Drittel der Energie weggenommen hast, fängt er an, an die Decke zu springen. Und dann kackt der von oben, oder was? Ja, dann ist... Du musst halt dann echt schnell aus diesem Blastradius rauskommen. Also wenn du da im Prinzip nur eine Sekunde dich um die eigene Achse drehst, bist du das ist schon... Das ist halt ein One-Shot, ne? Also der nimmt den kompletten Energiebalken weg. Fuck yo! Jetzt hebt er immer den Arm. Oh, dass man da nicht durchkommt. Weißt du, die Rolle sah doch gut aus. So, fick dich. Ich hab keinen Bock. Boah, auf wenigstens kommt man relativ schnell hin. Man muss ja nicht einen einzigen Gegner töten. Man rennt da echt nur hin. Ich guck da noch in die Kamera, als wenn er es wüsste. Der macht auch physischen Schaden, ne? Der macht nicht irgendwelche... Der macht ekligen Schaden. Ne, ich mein, wir können nicht irgendwas pimpen an der Ausrüstung, oder... Feuer könnte man mal versuchen. Ja, aber wir... Wir kommen ja nicht mal in die nächste Phase. Wir müssen erstmal so... Ja, gut. Man muss schon Sachen probieren. Ich werd mal Feuer auspacken, vielleicht. Brennt er sich ja zu Tode durch Zufall. Wo sind die Papiere da? Fire paper. Haben wir aber viele von, drei Stück. Mach mal richtig. So, hier gehen wir nicht lang. Da kommt sie. Du kannst sie auch einfach ignorieren und nicht das Fock-Gate nehmen, ne? Ja, ja, ich... No, du hast das immer sehr eilig, wenn du nicht das Pad hast. Aber das ist echt nur ein Gegner, den ich... Das ist Quatsch. Ich hab dir das Pad überlassen. Ich will das Pad überhaupt nicht. Ich denk einfach nur an die Zuschauer 15 Minuten, die uns noch bleiben. Ah, okay. Das war gut. Das wissen wir doch mal. Bin ich? Kann mir das mal so jemand sagen? Das ist schon fast besser bei dem, wenn man den nicht fokussiert. Aber... Das war auf jeden Fall irgendwas, was ihm weh getan hat. Wenn ich die andere Seite mache. Das klappt gut. Das Tining fürs Trinken. Das war einfach jemand. Das war ein Ablech. Das war's, was ich immer auch hinterlose mir. Das war's. Das war's. Das war's, was ihm sagst. Das war's! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich war's. Mal, wenn wir ihn jetzt nicht schaffen. Müssen wir schon, wenn die nächste Aufzeichnung ist? Machen wir noch eine vor Weihnachten? Nächste Woche Dienstag oder was? Ne, heute ist Mittwoch. Heute ist der 15. Sind wir da noch hier? Machen wir noch mal eine? Nächste Woche, also Mittwoch zeichnen wir nicht mehr auf. Ne, ne? Heute ist auch der 16. Ne, da sind wir schon im Urlaub. Das ist die letzte Folge vor Weihnachten. Na ja, erst nächstes Jahr wieder. Wobei auch gar nicht gesagt ist, dass Mithilfe sofort schaffen. Die haben ja dann auch meistens noch mehr Energie, die Typen. Da muss man natürlich auch darauf angewiesen sein, dass der Typ sich nicht einen selber rauspickt und killt und die anderen beiden auch wissen, was sie tun. Guck, jetzt hebt er so seinen Arm. Ja. Schön. Schön reingesprungen. Och, come on, dass diese Rolle da nicht funktioniert, das ist ärgerlich. So, jetzt mit Stauf, nein. Okay. Ich sehe keine Schwachstelle. Und? Ey, der ist echt nicht so einfach. Vor allen Dingen, ich glaub, aber ich vermute, dass der ab der Hälfte auch nochmal crazy wird. Habt ihr den nicht letztes Mal so weit gekriegt? Ne, habt ihr noch nie auf die Hälfte runter. Obwohl, kann sein, dass der Buga es geschafft hat, ich glaub nicht, aber ich erinnere mich zumindest an nichts. Kannst du ja nicht auch immer noch die Five Vials da abholen? Ah ja, stimmt. Das ist ja jetzt nicht so, können wir gut gebrauchen eigentlich. Das krass ist, wenn man sich dann so Videos anguckt bestimmt im Internet von irgendwelchen Speedrunnern, dann schaffen die den wieder ohne ein einziges Mal getroffen zu werden. Ja, beim 2000 ist das ein Versuch, ey. Aber es zeigt ja nur, dass es wahrscheinlich auch irgendwie hier wieder geht. Ja, natürlich. Das Multiversum gibt's immer irgendwo. Nice. Und jetzt auch schnelle Attacken. Stackern kann man ihn nicht. Oh. 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 Oh, Dennis. Langsam wölfst du dich rein. Auf und zujumpen ist gar nicht so dumm, glaub ich, oftmals, ne? Ja, aber er hat so viele verschiedene fucking Attacken, dass man das Timing einfach nicht hinkriegt. Mal schnell, mal langsam aufladen, du weißt nie, wann du rollen musst. Was? Ja, komm. Was würde Angela Merkel tun? Hm. Nichts? Doch, jemanden aus ihrem Kabinett feuern oder so. Irgendwas. Okay. Es muss nach unten geschlagen werden, auf jeden Fall. Bauernopfer, irgendjemanden, wo du nach außen gehen kannst und sagen kannst, aber wir haben ja doch alles gemacht, was in unserer Macht steht. Ich hab auch Hunger. Ich auch. Ich hab halt auch minus 10. Ey, wir sind uns alle einig, hättest du ne Pizza gegessen, dann wären wir schon längst weiter, dann wären wir durch beim DLC. So, grad das erste Mal getroffen, das war gar nicht schlecht. Wir kommen mit dem Timing langsam ran. Oh, keine Stamina mehr. Oh, eine Stamina ist nicht gut Pferde verkloppen. Oh, du fucker, ey, ist das Ding. Weilen. Weilen. Ich komm ja wenigstens mal auf die Hälfte. Ist ja schon mal interessant zu sehen, was dann passiert. Ob überhaupt was passiert. Oh, der ist fies, da darfst du da noch nicht drunter. Ach, wie lang geht die? Mit einem langen Arm, Alter. Kannst du die mal verlieren? Die schlag ich doch. Vier Schläge macht der, wenn er das macht. Das ist gute Ecke. Ludwig the Curse heißt er. Backe Backe Kuchen, der Ludwig hat gerufen. Der Dennis rennt zu ihm. Backe Backe Kuchen, der Ludwig hat gerufen. Denn es kämpft mit ihm. Backe Backe Kuchen, der Ludwig hat gerufen. Edmund Denzel schaffen's nicht. Denn der Gegner hat die Licht. Letzter Versuch. Mit diesem Fighting Chant. Echtes Hinterbein, so. So ein bisschen Safe Place. Was war's denn so? Keinmal getroffen, ey. Keinmal getroffen, ey. Aber so eine Spucke. Oh dieses Fuck-Ding. Fucker Tacke. Oh nein! Fucker! Nein! Das fing ganz gut an. Das fing echt gut an. Ich hab das Gefühl, wir machen Fortschritte. Lass uns hier abbrechen. Weil wir Fortschritte machen. Scheiße! War das echt schon zwei Stunden? Das kann doch gar nicht sein, ey, Leute. Ja. Wir haben noch viel später angefangen. Bell, bist du sicher? Haben wir nicht noch 10 Minuten? Ich hab das Gefühl, wenn der Dennis jetzt noch eine Stunde spielt, dann hat er's. Liegt an Bell. Einen Versuch noch, Bell, okay? Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Okay. Dann müssen wir es auf nächstes Jahr verschieben. Fuck! Ich kaputt machen. Das war's mit Kleiner durchgenommen. Wir haben heute viel geschafft. Und haben noch sehr viel vor uns. Bis zum nächsten Mal, euer Edmund Denzel. Tschüss!